Die 10 meistbenutzten Vornamen in Deutschland Auf jeden Fall Felix Nicht drin Paul Ist Nummer 10 Typisch Deutsch Lisa Ne Lena Ne Niklas Ne Digga, was ist das für ein Name? Mehrere mit dem Anfangsbuchstaben E Elias Elias ist Nummer 7 Mädchennamen Emma Ist Nummer 4 Emilia Ist Nummer 2 Typisch Deutsch, was gibt's da noch? Mit L Luis Ne Leo Ah, vier Buchstaben Leon Ist Nummer 8 Mädchenname mit H Hannah Ist Nummer 6 Einer mit S Mädchenname Sarah Ne Mehr Buchstaben Sophia Ist Nummer 5 Mädchenname mit M Maria Ne Kürzer Drei Buchstaben Mia Ist Nummer 9 Die restlichen 2 sind Jungnamen Matthias Anfangsbuchstabe ist richtig Markus Ma ist richtig Marcel Ne Marlon Ne Manee Mathe O Ist Nummer 3 Anfangsbuchstabe N Nils Ne Noah Ist Nummer 1